Willkommen zurück bei Mafia 2. Na gut, fahren wir da noch mal hin. Das hat letzt mal nicht gespeichert hier. Machen wir schnell. F. Weg. Hau ab. Ausfahren. Machen wir schnell hin. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Freddy Freddy. Eis. Eis. Alter. Hau ab. So, schnell benehm. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Hau mal. Hau geschehen. Hau ab. Boah, das vereist ist. Na, wo ist das Feudis? Wird doch jetzt hier kommen irgendwo, oder? Ne, ist weiter oben. Stimmt. Ja, hier rein. So, hier rein. Und da durch. Sehr rutschig ins Glatteis. Oh, es geht. Wunderbar. So. Hier ist nix. Mach da fahren. Hier durch. Und da ist Freddy's. So, genau. Chip, 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 chip. So, bestellen wir uns jetzt mal eine Last zum Trinken. Darf's was zu trinken sein? Schlückchen Scotch. Bitte, cool bekomm's. So. Hey, nichts für ungut, aber meinst du nicht, du hast genug? So. Jetzt gehen wir hoch. Das können wir ja schon überspringen. Hey. Okay, fahre zum... ...Maria... ...A...Cinello in Little... Was? Maria Ancinello in Little Italy. Bist die Tage. Okay. Fahr mal hin. Okay. Bin ich mal spannend. Okay. Bin ich mal spannend. Das war knapp. Ähää. Ähhh. Ho. Alter. Ist recht lustig, wenn's so wutscht. Du bleppert. so hey wo ach da hinten haha so hier eine Hilfe nehmen so ja was gibt es denn ja hallo ma'am äh henry thomasino schickt mich er sagt sie könnten mir bei einem kleinen problem helfen in der preisaufsichtsbehörde ja hab ich schon gehört und was kann ich für dich tun ich muss heute nacht da rein ok ich mach dir einen vorschlag meine schwester ist gerade im krankenhaus wenn du mich hinkutschierst dann sage ich dir alles was du wissen musst die klinik ist gleich gegenüber von dem amt ist also kein großer kein problem ok dann spielen wir halt noch taxi ist jetzt maria am krankenhaus und ab denn ab und ab denn ab na komm na komm na komm Wo bist du? Sag mal, wo bleibt die? Hallo Boah, geht's doch langsam mal Da kommt sie doch Komm schon mal, die Radioschen an, steig ein So Du GL, um die Phase hier einzuschalten Der Vordereingang ist nachts verriegelt Du musst also hinten Der Hintereingang bleibt nachts offen Nein, aber das Kellerfenster ist meistens offen So kommst du unbemerkt rein Du willst an den Safe, stimmt's? Ja, woher wissen Sie das? Hab nur geraten Er steht im Obergeschoss Dort ist auch das Büro des Direktors Da findest du die Schlüssel Okay, ich steig also hinten durch ein Fenster ein Und dann jetzt die Treppe rauf zum Büro vom Direktor Richtig Richtig Und sei vorsichtig Wir haben da Nachtwächter Lass dich nicht erwischen Ach du Gott Da Hallo Was rutsche ich, Mann? Könnte ich richtig fahren? Du müsstest verzeihen Nicht reinklafen Gut, explanations Zo Hm 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 Boah, wie die Reifen durchdrehen. Da. So, jetzt geht's rund. Nicht so schnell, meine Schwester läuft schon nicht weg. Okay. Okay, lass mich hier beim Krankenhaus raus. Das Amt ist gleich gegenüber. Also, danke fürs Mitnehmen, mein Junge. Danke, Maria. Man sieht sich. Gehe zur Preisaufsichtsbedeute. Okay. Okay. Gleich gegenüber. Also hier, ne. So. Dann parken wir hier mal. Zack. So. So. Oh oh. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Okay. Oh Gott, jetzt geht das los. Oh, ich will nicht. 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 Hu. Ha. Ching. Ching. Ich kann. Finde einen Weg hinein. Ah, okay. Unbewerbt. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Toiletten. Ähm. Mami. Mami. Boah. Hol den Schlüssel. Du kannst wachen lautlos ausschalten. Ach dummes Gespenst. Ich drehe mal meine Runde. Lass dich nicht aufhalten. Oh oh. Wo kommt der her? Oh, da ist wer. Mami. Ich da hin. Jetzt, jetzt, jetzt. Schnell, schnell, schnell. Ja. Ja, ja, ja. Okay. Hast du am Wochenende was vor? Ja, ich werde mich erholen und... Fernseh. Du hast dir einen Fernseher gekauft? Wo ist der? Mann, die Dinger kosten so viel wie ein ganzes Auto. Wie kannst du dir das bloß leisten? Wo ist der? Marys Onkel Lou ist vor ein paar Monaten gestorben und hat uns ein bisschen Geld hinterlassen. Und du hast dir davon einen Fernseher gekauft. Scheiße. Schnell, 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 schnell. Pfff. P2P. Pfff. Boah. Alter. Okay. Gut, der andere sitzt unten. Das heißt, ich muss von dahinten kommen. Okay. Komm, die Mama war noch kalt. Dann war ich kalt. Jetzt gibt es kalte Bohle. Haha. Das sieht man klar ausstehen. Yes. Jetzt haben wir alle, oder? So, jetzt müssen wir den Raum finden. Oh Gott. Tür öffnen. Was ist da? Achso, ich muss das Ding wieder machen. Okay, es... Oh, oh. Ich glaube, ich muss erst den Strom ausschalten. So war das letzte Mal, ne? Okay. Ein bisschen Wasser weiß ich schon noch, ne? Von dem Spiel. Aber nicht mehr alles. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Gleich hier ziehen. Na, warte mal. Woman. Da. Ne. Ne. Hä? Wo ist denn der Stromkasten? Schau mal kurz. Ne, da bewege ich mich wieder weg. Man muss da hinten sein, irgendwo. Das ist dann unten. Okay, das ist das Büro vom Direktor. Hier müsste der Schlüssel sein. Aha. Ah, hier ist der Schlüssel. Und jetzt schnell zum Safe. Finde den Safe und stiehle die Marken. Ja, ich muss doch erst mal... Warte mal kurz... Ich muss doch zuerst den Strom abschalten, oder nicht? War es nicht so mal? Was war noch das? Hä? Warte mal. Ich geh mal runter. Moment. Ich geh mal runter. Ich musste doch irgendwie den Strom abschalten noch. Bevor das Ding losgeht. Dann merkt keiner. Das war doch so. Geh mal hier runter. Runter, runter, runter. Da. Ne, nicht hier. Da hinten, oder? Wo war das? Da hinten? Ne. Da war es da hinten. Chip, 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 chip. Das war doch hier. Aha. Da war es doch, oder? Ja, hier. Gott sei Dank. Wenn ich hier irgendwas tue, mach ich hier den Strom weg. Warte mal. Welcher Kasten war das? Oh Gott. Die richtige Tür noch finden. Warte mal. Ich geh mal hier lang. Dann war es hier drin, oder? Ne. Ne, hier war es nicht. Andere Tür. Hier. Haha. Cool. Alarm ist ausgeschalten. Na, schon mal gut. Sonst gehen wir hier wieder raus. Jetzt können wir auch rennen. Der Alarm ist sowieso aus. So. Hoch, hoch, hoch. Und zum Safe. Auf geht's. Uh. Ach, das will. Safe öffnen. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Was haben wir denn da alles? Geh raus. Oh Gott. Raus, raus, raus. Wo ging's raus? Oh Gott. Hier, oder? Da. Nein. So wahnsinnig. Hier ging's raus, ne? Ja. Durch das Klo. Hinaus. So. Jawoll. Boah. Alter Falter. Ja, cool. Boah. Wie kommt jetzt keiner? Kehre zu Freddy's Bar zurück. Und es wird gespeichert. Okay. Das war cool. Hm. Sehr schön. Und sie haben nichts gesehen, ja? Weil sonst gibt's hier Ganga-Changos. Hä? Ähm. Wo ist mein Auto? Dahinten. Da ist mein Auto. Mein Auto ist da hinten. Okay. Ah. Ehhh, deh 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 deے Little Italy bin ich jetzt schon O muchasoot Hey, hallo Arsch-Taxis So aussteigen und rein da gott sei dank bis auf mit und wie ist gelaufen bestens die werden sich wundern morgen früh sehr schön ich sehe schon joe hat tüchtige freunde dann lass mal sehen scheiße stimmt was nicht das kannst du laut sagen dass was nicht stimmt diese marken haben nämlich ein ablaufdatum und das ist zufällig morgen und was genau bedeutet das das bedeutet dass sie dann verdammt noch mal wertlos sind aber warte mal wenn du sie bis mitternacht an den tankstellen abgibst können die sie abstempeln und einlösen also klapperst du jetzt fleißig tankstellen ab bis schlag zwölf sonst schauen wir in die röhre wenn du sie nicht los wirst du leer aus moment das war nicht abgemacht von dem ablaufdatum war nie die rede tja ist eben scheiße gelaufen wenn du das über die bühne bringst hast du was gut bei mir na geh schon je mehr marken du los wirst desto mehr kohle gibt es bravo echte okay das machen wir jetzt noch also bis mitternacht fahrern 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 wo ist der ausgang hier hinten ja falsche richtung schnell 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 schickt die schickt die aufgeht über da komm ich habe wenig zeit ja wenig zeit so und wie mache ich das jetzt hallo ach so okay tankstelle hierhin so hallo nicht schlittern danke so hier ist der erste Okay. Oh mein Gott. Ja, das machen wir. Okay. Der nächste ist... Der nächste ist... Hä? Hier. Der da. Okay. Weiter geht's. Ach scheiß, da da ist. Komm, das schaffen wir. Komm. Wer hat wohl gelacht, oder? Ich darf mich nur nicht von dem Polizisten da erwischen lassen, was sonst habe ich in der Arschkarte. Ja, so. Hau ab. Oh oh. Wahnsinnig. Oh Gott. Weg, 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 weg. Boah. Nur wenn ich das Lied höre, muss ich an Katzenpo denken. Oh Mann. Hey, wie wär's mit ein paar Benzinmarken? Warum nicht? Das bleibt aber unter uns in Ordnung. Kein Problem. Gilt aber auch für dich. Sicher. Geht klar, Mann. So. Nächstes. Die nächste Tankstelle ist hier unten. Zack. Komm, zeig mir den Weg. Hallo. Lass mir den Weg zeigen. Ja, mach halt. Oh, beeil dich da vorne. Du orangene Kiste. Jetzt mal ein paar Orangen, das ist gut und gut. So, rumfahren. Auf der nächsten Tankstelle. Wenn ihr nicht dauernd diese Scheiß-Taxis rumfahren würdet. Darf mich nur nicht erwischen lassen von den Polizisten hier. Ja, da hinten ist der Nächste. Da. Hören Sie, ich hab ein paar Benzinmarken übrig. Wenn Sie sie wollen, sind günstig. Ja, in Ordnung. Immer her damit. Alles klar, hier. Und kein Wort zu niemandem. Verstanden? Versteht sich, Kumpel. Bleibt unser Geheimnis. Das will ich hoffen. So, nächste Tankstelle ist hier hinten. Hier machen die da. Zack. Hau ab. Ich würde jetzt wahrscheinlich die letzte sein. Hoffen wir mal. Ich muss mich anständig verhalten, weil das ist die Polizei vor mir. Komm schon. Oh mein Gott, was ist jetzt los? Da. Nicht hinten einfahren. Ja, hau ab. Ja. Ja. Habt ihr gerade gesagt Vollidiot? Habe ich dir gleich Vollidiot. Noch einmal quer rüber, wunderbar, Westside, und da ist sie schon, nächste Halt, Tankstelle. Ja klar, sicher doch. Okay, hier, hier mit der Kohle. Klar, okay, hier ist das Geld. Danke Kumpel, du hast mich nie gesehen, klar? Boah, ich muss jetzt alle abklappern, oder was? Sie verarschen? Na gut, machen wir's halt, weil es so schön ist, ne? So, hier rumfahren, um Gottes Willen. Muss ich doch alle abklappern hier, oder was? Na gut, vielleicht jetzt der Letzte. Weg! Hau ab! So, hier rum. Hallo! Oh, da kommt der nicht... Naja, so viel Schnee wahrscheinlich. Ja, was denn? Hau ab! Hau ab! Platz da! Wunderbar! Platz! Weg da, ich komm! Weg! Ah, da ist die Tankstelle hier. Nächste! Oho! Oh, du Scheiße! Noch drei Stücke, ey! Soll ich das schaffen. Okay, schnell! Schick dich! Schick! Schneller! Weg! Ah, Polizei, Polizei! Oh, Benzinmarken, ey! Oh, ich bin der Benzinmarken-Postbote. Der Brief, äh, Benzinmarkenversammt. Nur wenn die Polizei kommt, immer langsamer dann werden, damit ich nicht angeheisen werde. Das ist sehr, sehr, sehr schlimm. Oh oh! Zwölfe Schicht, ne? Uhuh! Oh, guten Tag! Oh, Tankstelle, wo bist du? Oh, Mama Mia! Oh, Mama Mia! Oh Gott, oh Gott! Ah! Boah, wie weit ist es noch? Scheiße! Ist das der gleiche gekommen, oder nicht? Hm! Ah doch, hier, hier! Da vorne, da vorne, da vorne! Da vorne ist die Tankstelle! Da ist sie doch! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hey, ähm, ich hab ein paar Benzinmarken übrig! Interessiert! Sollte Pötzei! Ja klar, sicher doch! Okay, hier! Ja mit der Kohle! Ah, okay! Hier ist das Geld! Danke, Kumpel! Und du hast mich nie gesehen, Klan! Okay, das war der letzte! Zumindest hab ich weiß, wie gesagt! Wie sollte zu Joe zu sein! Oh mein Gott! Zu Joe zurück! Geht zu Joe um die Mission abzuschließen! Okay! Also, weiterfahren! Ach du Scheiße! Ist das schon kaputt? Mit diesem Auto kann man keine Verfolgungswehr machen! Weil das am Arsch ist! Ich schau gleich mal, ob hier irgendwie gleich in der Nähe eine Werkstatt kommt! Oh Gott! Ich hab mein Auto kaputt gemacht! Juhu! Kann da eigentlich auch ein Stehen, ne? Ah, anhalten! Ah, anhalten! Ah! Anhalten! Hallo! Ich will den Schuldbus! Ich will den Schuldbus! Ah! Bleib stehen! Oh, fuck! Oh, fuck! Ich hab noch nie einen Schuldbus hier gefahren! Arsch! Wenn ich zu gut warte, es wäre mein Freund! Aussteigen! 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 Schnell! 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 Komm! Einsteigen! Danke! So! Weiß noch nix! Ich will den Schuldbus haben! Warte mal! Ich will den Schuldbus haben! Ich will den Schuldbus! Ich will den Schuldbus! Ich will den Schuldbus! Hallo! Yes! Was? Warte! Nein! Bleib da! Bleib da! Ach, komm! Ach, komm jetzt! Ach, das ist doch... Oh man! Ich... Ich wollte doch den Bus haben! Oh! Warte mal! Ich will den haben, ey! Ich will ihn! Ist mir scheißegal, ich will den Bus... will den Bus haben! Ja, du Depp! Hallo! Ey, ihr Kanacken, ey! Was hören wir jetzt? Wo ist der Bus hin? Wo ist der Bus? Hä? Da hinten, da hinten, da hinten! Will den Bus? Will den Bus haben? Boah, ist das ein lahmes Arschteil da, ey! Komm schauen, schneller! Schneller! Ich will unbedingt diesen Bus haben! Warte! Wo ist der? Der war doch hier oben, oder? Wo ist der hin? Ach, das ist jetzt nicht wahr! Jetzt ist der Bus weg! Ich habe ihn noch gesehen! Wo ist der? Hä? Ach, scheiß drauf! Ach, scheiß drauf! Komm! Ich fahre jetzt da hin! Wenn auf dem Weg nochmal ein Bus kommt, dann nehme ich den halt! Mann, ich wollte den Bus haben! Ich wollte unbedingt mal einen Bus fahren! Ich wollte unbedingt mal einen Bus fahren! Ich habe ihn ja schon fast gehabt, ne? Ist ja das! Aber... Nee! War nix! Na gut! Ich muss mich dann irgendwie quer hinstellen! damit er mich nicht entkommt! Ja, komm! Ja, schau ich mal! Vielleicht kommt da noch einer! Ja, da ist schnell der Vorgehen! Da! Ha! 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 Aussteigen! 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 Los, los, los! Schick dich! Schick dich! Hallo! Schnell! 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 Bleibst du da? Haha! Yes! Ja komm! Aussteigen! Einsteigen! Ich habe einen Bus! Ist das geil! So! Ey, das ist cool! Boah! Das allererste Mal, dass ich hier im Bus fahr! Herzlich willkommen hier bei Fernbus Simulator! Das ist ja cool! Das freut mich jetzt! D-D-D-D-D-D-D! Ja! Aber zum Lenken ist er nicht so... Boah! Hä? Wo muss ich hin? Warte mal! Vorsicht! Achtung! Fett da kommen! Muss ich hin! Da hin! Wir hätten halt einen langen Bremsweg noch! Dieses Ding da! Empire Bay Transport! Ja! Und ich habe ihn entführt! Haha! Die Folge wird wahrscheinlich wieder zu lang, aber egal! Das macht nichts! Dafür habe ich mir in den Bus geschnappt! Richtig Alarmarschig ist der! Aber egal! Mit dem fahre ich jetzt nach Hause, den wir haben! Bei dem bleibe ich jetzt! Der kommt in die Garage! Der Bus! Der Bus! Der Bus kommt in meine persönliche Garage! Wo müssen wir hin? Der Bus! 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 Wir müssen flüchten bitte! Die Verarschen! Komm den, dann schieß mal Hallo Na komm Schick die Hopp Ich will einfach nur dorthin, ich will einfach nur ankommen Boah, du Arsch Gesicht Oh, war weh Einfach nur weg Einfach nur weg Einfach nur weg Oh fuck Das kommt schon Alter Scheiße Oh fucking Wo ist der Typ Da Tür zu An alle Aktion abgeblasen Zurück zur Wache Alter Meine Fresse Kleidung nehmen Schnell umziehen So Schauen bin ich nicht mehr gesucht Guck mal von unten Guck mal von unten Ha, 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 ha Geil Tanzen ein bisschen, ne? Tü, 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 tü So Wo muss ich hin jetzt Schlafen, genau Oh mein Gott So ein Okay, Kapitel 4 Das sehen wir dann im nächsten Part Tschüss Und H- K- Vielen Dank.